Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Die Tour de Nesel Affäre von 1314 war ein Skandal innerhalb der französischen Königsfamilie, bei dem es um eine ehebrecherische Affäre zwischen den drei Schwiegertöchtern von König Philipp IV. von Frankreich ging. Die Affäre ereignete sich im Pariser Turm Tour de Nesel und betraf die Prinzessinnen mit zwei normanischen Rittern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ritter bestickte Geldbörsen besaßen, die von König Philipps Tochter Isabella, der Königin von England, geschenkt worden waren. Isabella vermutete, dass die Ritter etwas damit zu tun hatten und ließ sie foltern, bis sie gestanden. Zwei Prinzessinnen wurden des Ehebruchs für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt, während die Ritter hingerichtet wurden. Ein berühmter Sexskandal des 12. Jahrhunderts betraf den jungen Philosophen Abelard und seine jugendliche Studentin der klassischen Philologie und Philosophie, Heloise. Abelard, ein führender Logiker und Theologe, war vernaht in seine junge Schülerin und begann, ihr nachzustellen. Daraus entwickelte sich eine unerlaubte Beziehung, sehr zum Entsetzen des Onkels des Mädchens, Fulbert, einem Kirchenbeamten. Als junge Frau war es Heloise verboten, sich mit den männlichen Studenten der Universität zu verbrüdern. Ihre Probleme verschlimmerten sich, als Heloise schwanger wurde. Um einen weiteren Skandal zu vermeiden, heiratete das Paar heimlich in Paris, obwohl Fulbert von der Verbindung wusste. Mit der Zeit wurde die Ehe jedoch öffentlich bekannt. Aus Angst vor Schande und Vergeltung verbannte Abelard Heloise heimlich in ein Kloster. Fulbert, der glaubte, seine Nichte sei von ihrem Mann verlassen worden, heuerte eine Bande von Schlägern an, um ihn anzugreifen und zu kastrieren. Heloise wurde schließlich Nonne, dann Priorin und schließlich Ebtissin. Die einzige Möglichkeit, die ihr nach dem Abbruch ihrer vielversprechenden akademischen Karriere blieb. Der Marquis de Sade, ein französischer Adliger und Politiker aus dem 18. Jahrhundert, wird weithin mit systemischer sexueller Verderbtheit in Verbindung gebracht. Berühmt wurde er als Schriftsteller durch seine sexuellen Werke, die dazu führten, dass der Begriff Sadismus für sexuelle Grausamkeiten geprägt wurde. Sad lebte ein skandalöses, freizügiges Leben, und seine sexuelle Infamie reichte aus, um ihn unter polizeiliche Überwachung zu stellen. Obwohl er mehrfach inhaftiert wurde und nur knapp der Todesstrafe entging, wurde Sad 1803 schließlich für geistig instabil erklärt. Die restlichen Jahre seines Lebens verbrachte er isoliert in der Irrenanstalt von Charenton. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video. Sie sind auch schon wieder in der Einschule. Untertitelung des ZDF, 2020